Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerschaft und natürlich sehr geehrte Gäste vom House of One. Ich darf Sie heute und euch herzlich begrüßen zu der tollen Veranstaltung. Vielleicht etwas kurzes zu mir. Mein Name ist Ertrul Can, ich habe 2016 mein Abi hier gemacht an der Wilhelmstadt Schule am Gymnasium. 2016 waren wahrscheinlich viele von euch noch gar nicht auf der Schule. Genau, ich habe studiert und währenddessen natürlich immer einen guten Draht und eine gute Beziehung zu Herrn Walkisch gehalten. Und Herr Walkisch hat mich heute eingeladen und hat mich gefragt, ob ich dieses Event moderieren darf. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, denn dieses Event ist natürlich sehr wichtig für die heutige Zeit. Es soll heute um das aktuelle Weltgeschehen gehen. Wir wissen natürlich, dass viele Konflikte herrschten in der Welt und haben heute sehr wertvolle Gäste da, mit denen es eine Fragerunde geben wird. Und vorher möchte ich aber Herrn Walkisch und Frau Lasry auf die Bühne rufen, damit sie ja ein Grüßwort abhalten dürfen und können. Und zuerst Frau Lasry bitte und Herr Walkisch. Ja, auch von mir, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich glaube, wir brauchen nicht nochmal zu erzählen, was in der Welt passiert. Das wissen Sie alle zu Genüge. Aber ich möchte sagen, aus meiner Sicht ist es eine unwahrscheinlich wertvolle Erfahrung für Sie alle. Und ich hoffe sehr, dass Sie alle davon profitieren, von der Möglichkeit, im geschützten Raum über dieses Thema mit Menschen zu reden, die vielleicht ein bisschen mehr was davon verstehen. Wie funktioniert ein Zusammenleben? Ist es denn möglich? Bestimmt, oder? Ich meine, wir schaffen es doch alle in der Schule. Geht es das vielleicht auch im größeren Rahmen? Was könnten wir denn dafür tun? Denn das ist eine Frage, an der wir alle, glaube ich, recht häufig verzweifeln. Es gibt so viele Kriege. Es gibt so viel Furchtbares in der Welt. Kann ich als eine Person tatsächlich irgendetwas machen? Reicht es denn, wenn ich einfach nur nett und höflich zu allen bin? Tja, ich bin sehr gespannt auf die Vorträge von unseren Gästen. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen und auch auf die Diskussionen, die sich ergeben. Viel Spaß. Herzlichen Dank, liebe Maria. Ja, liebe Lernenden, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie wissen, dass es auch unsere Aufgabe ist, bevor Sie unsere Schule verlassen, hoffentlich erfolgreich mit dem Abitur, dass Sie dann auch fürs Leben vorbereitet werden. Nicht nur mit immenser Fachkompetenz, sei es im Fach Mathe, ich habe da vorne Herrn Schamhall gesehen, daneben sitzt Frau Barkholz, sei es mit der Fachkompetenz Biologie, das ist auch alles wichtig, keine Frage. Herr McKean sitzt gerade hier vor mir im Fach Englisch. Aber es ist genauso wichtig, liebe Schülerinnen und Schüler, dass Sie vorbereitet werden fürs Leben, das, was euch noch erwarten wird nach diesem behutsamen Ort Schule. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie sich hier ins Publikum schauen, sich gegenseitig anschauen, haben wir hier Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, Nationalitäten, Religionen. Wir haben Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrungen aus Konflikt- und Krisengebieten. Und letztendlich kommt es immer darauf an, sich mit Anstand Respekt zu begegnen. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, das wäre ja mega langweilig. Aber man muss dem Gegenüber immer mit Respekt Anstand begegnen. Vielleicht haben Sie das in den Nachrichten oder auch in den Zeitungen verfolgt. Unser Bundeskanzler, der muss jetzt in letzter Zeit viel einstecken, aber der hat am Wochenende eine schöne Rede gehalten zum ersten Gemeindentag der jüdischen Gemeinden. Und dort hat er halt auch gesagt, so wie das Weihnachtsfest zu Deutschland gehört, so gehört das Zuckerfest zu Deutschland und auch das Chanukka-Fest gehört zu Deutschland. Und deshalb in diesem Sinne, lernen Sie wirklich die Quellen, die Infos, die Sie links, rechts aufschnappen, immer zu reflektieren, tauschen Sie sich aus, fragen Sie Ihre Lehrerinnen und Lehrer im Elternhaus, gehen Sie in die Bibliothek, studieren Sie das nach, lesen Sie das nach und dann kann man sich eine Meinung bilden auf fundierte, gute Quellen. Und die heutige Veranstaltung ist wirklich auch für unser Lehrerkollegium, weil auch da, wenn wir unser Lehrerkollegium anschauen, sind auch alles Menschen, die unterschiedliche Biografien haben, die unterschiedliche Gedanken haben, unterschiedliche Meinungen haben. Aber im Kern sehen Sie ja, dass wir immer unsere Arbeit im Sinne von Ihnen platzieren, weil es geht um Sie, liebe Schülerinnen und Schüler. Und deshalb soll auch diese heutige Veranstaltung, das ist jetzt ein hoher Anspruch, den ich an diese Veranstaltung stelle, auch ein hoher Anspruch, den ich auch an unsere Lehrerinnen und Lehrer stelle, wachsen Sie auf, wirklich frei von Hass. Das ist auf Dauer nicht schön, wenn man sowas mal mit sich rumträgt. Platzieren Sie in Ihren Gedanken und in Ihren Herzen wirklich immer den Punkt der Harmonie, der Punkt, gegen Hass zu sein, für etwas einzustehen. Und man kann immer anderer Meinung sein, was anderes glauben. Aber im Zentrum steht immer die Menschlichkeit, die Verständigung. Ich will Ihnen auch jetzt kein Referat halten über den schrecklichen Terroranschlag der Hamas, welches am 7. Oktober stattgefunden hat. Jetzt mittlerweile sind das hier fast zwei Monate, die vergangen sind. Und Sie sehen, die globale Welt ist nur von Krisen und von Kriegen, von Disputen, Meinungsverschiedenheiten geprägt. Sie sind die Akteurinnen und Akteure von morgen. Ich weiß, es lächeln mich gerade einige an, aber es ist wirklich so. Sie sollen später auch in der Berufswelt Fuß fassen. Sie sollen später auch dann auch möglichst Vorbilder sein für die Gemeinschaft, lokal hier in der Wilhelmstadt, regional für unsere schöne Bundeshauptstadt Berlin. Und in dem Sinne mache ich jetzt einen Punkt und freue mich wirklich auf unsere Gäste und auch nochmal hier ein ganz herzliches Dankeschön, dass das wirklich so unbürokratisch war. So mit einem Austausch per Telefon, SMS, mit einer Mail. Und da bin ich Ihnen von Herzen, danke ich Ihnen auch im Namen des Kollegiums und ich denke auch im Namen der Schülerinnen und Schüler, die es wirklich interessiert, lauschen wird und gucken wird, Mensch, was nehme ich mir heute mit. Alles Gute Ihnen und bleiben Sie gesund, liebe Schülerinnen und Schüler. Ja, vielen Dank an Herrn Balkisch und Frau Lasry. Vielleicht auch nochmal kurz dazu aus ehemaliger Schülersicht, aus Studentensicht. Ich denke, viele von euch sind kurz davor, ihr Abitur zu beenden und ich kann euch auch nur ans Herz legen, nehmt so viel mit, wie ihr könnt. Solche Veranstaltungen sind nicht selbstverständlich, vor allem, wenn man später im Austausch ist, im Studium oder in der Ausbildung oder wo auch immer, mit anderen Leuten aus anderen Schulen, anderen Oberschulen. Solche Veranstaltungen sind überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen versucht so viel, ihr könnt mitzunehmen. Ihr könnt auch gleich Fragen stellen und in dem Sinne würde ich auch gerne überleiten zu unseren sehr wertvollen Gästen vom House of One. Falls es nicht vielen von euch schon ein Begriff ist, ist ein Projekt, was seit 2011 ins Leben gerufen wurde und es ist ein Haus der Begegnung, wo alle Religionen, alle Weltreligionen unter einem Dach sind und sich begegnen sollen, sich austauschen sollen. Wie ich finde, ein sehr wichtiges und zeichensetzendes Projekt. Und in dem Sinne möchte ich auch schon unseren ersten Gast, den Herrn Rabbiner Andreas Nachhammer, auf die Bühne rufen mit einem kurzen Grußwort, einem Vortrag. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich will vielleicht an der Stelle beginnen, wo das Haus auf Wand stehen soll. Ich will vielleicht an der Stelle beginnen, wo das Haus auf Wand stehen soll, nämlich auf der Spreeinsel, auf dem Petriplatz. Da stand bis 1945 die Petrikirche, die in dem Zweiten Weltkrieg durch einen Luftangriff schwer beschädigt wurde und dann in den 60er Jahren abgerissen worden ist. Und wenn man sich das sozusagen vergegenwärtigt, was ein hochgerüstetes Deutschland für Deutschland und in Europa getan hat, wenn man sich das anguckt, was da am 8. Mai, am Tag der Kapitulation, nämlich Deutschlands, des Großdeutschen Reichs, was man da gesehen hat, dann war das Schutt und Asche in Berlin und anderen Städten. Es waren Berge von Toten, Millionen. Nicht nur die 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden, sondern kein Auge in Europa ist trocken geblieben. Keine Familie, die nicht betroffen war von Kriegstoten, von Versehrung und Zerstörung. Und wenn man dann sieht, dass schon wenige Jahre danach, nach 1945, 1957, die Grundlagen für die Europäische Union gelegt wurden, dass am Ende Grenzen unwichtig wurden. Man kann heute vom Atlantik bis an die Ostgrenze Polens reisen, ohne eine Grenze zu passieren. Sprachgrenzen, ja, Zollgrenzen im Sinne von unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen vielleicht auch. Aber das, was vorher gewesen ist, das gibt es eben nicht mehr. Sondern es ist ein Europa entstanden, in dem auch die ehemaligen Feinde, Erzfeinde, so wie Frankreich und Deutschland, in einer deutsch-französischen Freundschaft miteinander gelebt haben, leben. Und jetzt eine gemeinsame Zukunft haben. Und das ist am Ende die Vision, die wir für alle Kriegsgebiete haben sollten. Dass Russen und Ukrainer nicht mehr mit Waffen aufeinander losgehen, sondern dass so ähnlich wie zwischen Deutschen und Franzosen eine Freundschaft entsteht, eine Entspannung entsteht, dass über die Grenzen hinweg Austausch von Kultur, von Gütern, aber eben auch von Menschen stattfinden kann. Und am Ende ist es das auch, was sich zumindest die Berliner Juden für den Nahen Osten wünschen. Dass da ein Gebiet entsteht, in dem es eigentlich keine Rolle spielt, ob einer Palästinenser oder Israeli ist, ob einer Jude oder Moslem ist. Und das ist, das denke ich, woran wir mitwirken können. Wir können zeigen, was in Europa in so einer Friedenszone in diesen Jahrzehnten seit 1945 entstanden ist. Vertrauen, ein Miteinander und am Ende natürlich auch Gesellschaften, die davon ökonomisch profitieren, wo Wohlstand herrscht, wo man zur Schule gehen kann, wo man in der Turnhalle turnen kann und keine Wehrübungen macht. Das ist das. Das ist die Vision für hier gewesen von wenigen 1945. Und das ist die Vision, die wir für überall in der Welt, für alle Krisengebiete haben. Auch für das, was uns vielleicht in besonderer Weise verbindet, in der Sorge verbindet, nämlich, dass dort immer noch auch zur Stunde gekämpft wird. Das ist das, was wir sagen wollen an dieser Stelle. Und das ist das, was wir im House of One praktizieren. Wir sind davon überzeugt, dass nicht mit mehr Waffe und nicht mit mehr Gewalt und nicht mit Hass, sondern dass mit Liebe und mit Verständnis füreinander die Dinge vorangebracht werden können. Und gleich wird Gregor Hohberg zu euch sprechen, zu euch und Ihnen sprechen. Und Gregor Hohberg ist einer von denjenigen, der in der DDR gelebt hat und mit Kerzen in der Hand, nicht mit Waffen in der Hand, sondern mit Kerzen in der Hand, zu denen, die ihn gehört hat, die aus den Kirchen 1989 kamen. und diese Mauer, von der es ein paar Wochen vorher noch hieß, dass er noch 100 Jahre stehen soll, zum Einsturz gebracht haben, wie ein Mervis Zwieback, ohne Waffengewalt zu haben, mit den Kerzen in der Hand, mit dem Geist der Liebe und dem Geist der Überwindung von Hass. Und so ist diese Grenze, die ja nicht nur Berlin und Ost- und West-Berlin voneinander getrennt hat, sondern nicht nur Deutschland von Deutschland, also Ost- und West-Deutschland, die Europa voneinander getrennt hat, West- und Osteuropa, die zwei Machtglöcke, den Westen und den Osten voneinander getrennt hat. So ist diese Grenze zum Einsturz gekommen. Und so hoffen wir, dass mit Liebe und mit dem Geist der Menschen, mit der Kreativität, mit der Kreativität von der nächsten Generation diese Dinge einfach aus der Welt geschaffen werden. Dafür arbeiten wir im Haus zusammen, dafür beten wir zusammen. Und das ist unsere Hoffnung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die tolle Rede und für den tollen Vortrag. Als nächstes würde ich gerne Herrn Pfarrer Andreas Hohberg auf die Bühne rufen. Gregor. Toll, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Ihre Schulleitung. Für uns ist Ihre Schule eine besondere Schule. Wir haben gehört, dass es, und ich glaube, das gibt es nicht so oft in Berlin, dass es im Grunde Haus-of-Wand-Situationen auch in Ihrer Schule gibt. Dass es jüdische Familien gibt, muslimisch geprägte, auch christliche und atheistische, Suchende und Zweifler. Also eine wunderbare, tolle Mischung, wie sie in unserer Stadt auch verbreitet ist. Und genau darauf, auf diese Entwicklung, dass es immer mehr vorkommt, dass man Menschen begegnet, die nicht nur anders sind, anders aussehen, andere Hobbys haben, sondern auch in einer anderen Glaubenstradition groß geworden sind oder ohne jede Religion. Genau darauf versuchen wir, mit dem Haus-of-Wand zu reagieren und sagen, es ist an der Zeit, dass die Religionen sich damit auseinandersetzen, dass es nicht mehr ist wie vor 100 oder vor 1000 Jahren, sondern dass man Raum schafft für die Begegnung von Unterschiedlichen, um sich einander kennenzulernen, um zu sehen und zu verstehen, wie ist der andere drauf, was treibt ihn um, was ist ihm wichtig und um zusammen zu gucken, was können wir tun, damit es in unserer Stadt, in unserem Kiez, lebenswert ist. Und nicht viel anderes machen wir im Haus-of-Wand. Und damit alle sehen, dass uns diese Idee auch sehr, sehr ernst ist, leben wir sie seit zehn Jahren mit meinen Mitbrüdern Kadir Sanchi und Andreas Nahama, sind unterwegs und zeigen uns in der Öffentlichkeit, beten Seite an Seite, aber wir bauen eben auch ein Haus. Also das heißt, wir wollen im nächsten Jahr anfangen zu bauen, aber man kann es gut schon sehen auf den Ränderings, mitten in Berlin, auf der Museumsinsel, damit alle sehen, es ist uns ernst. Wir haben dann am Ende ein Haus, ein Ort, eine Adresse. Man kann da reingehen und da drinnen gibt es eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee. Getrennte Räume. Wir wollen ja nichts vermischen. Wir finden es ja toll, dass es Unterschiede gibt. Ich kann das wahnsinnig wertschätzen, was im Islam berichtet wird oder wie das Jüdische gelebt wird. Das sind wertvolle Ressourcen für unser Miteinander. Also wir wollen es nicht vermischen. Jeder soll seine Tradition leben und da seine Kraft finden. Aber in der Mitte des Hauses, da, wo der Turm zu sehen ist, da ist das Herzstück, da ist der vierte Raum, der Raum der Begegnung. Da trifft man sich und kann sich austauschen und gegenseitig kennenlernen. Und das ist wahrscheinlich so ähnlich, wenn ihr euch auf dem Schulhof trefft und euch auf ein Gespräch einlasst oder euch austauscht oder euch gegenseitig besucht. So ähnlich versuchen wir das da, bezogen auf die Religion. Und in unserem Miteinander, da kommen wir ein bisschen zu der aktuell politischen Lage, haben wir gemerkt, dass wir alle drei von unseren unterschiedlichen Traditionen her sehr pazifistisch unterwegs sind. Also dafür eintreten, dass es eine Welt ohne Gewalt und Krieg geben soll. Auf unsere Art und Weise. Manche halten das für ein bisschen naiv oder ein bisschen komisch. Aber wir spüren, dass da noch mehr ist, dass das etwas ist, was Zukunft hat und was unsere Welt wirklich befrieden kann. Ich bringe da die Erfahrung aus der DDR mit, wo wir dann geschafft haben, in der Wendezeit 89, so wie Andreas Nachhammer das gesagt hat, die Mauer zum Einschutz zu bringen. Aber es gibt noch viele andere Beispiele auf der Welt, wo es gelungen ist, wenn nur viele mit dabei sind, wenn viele davon überzeugt sind, dass es viel besser ist für die einzelne Seele und für das Zusammenleben, dass man sich respektvoll und liebevoll begegnet. Denn Hass schadet der Seele. Liebe tut der Seele gut. Wir sind froh, dass wir heute hier sind und dass wir hoffentlich auch Zeit haben für eure Fragen und ins Gespräch kommen, weil dann wird es jetzt richtig spannend. Wir sagen immer am Anfang unserer Zusammenkünfte, jede Frage ist erlaubt. Wir können wahrscheinlich nicht jede beantworten, aber jede muss erlaubt sein. Dankeschön. Vielen Dank auch für die tolle Rede, für den tollen Vortrag und als letztes würde ich gerne Herrn Imam Khadir Sanju auf die Bühne bitten. Wismillahirrahmanirrahim im Namen des Erhabenen. Hier stehen wir wieder gemeinsam, so wie wir das immer machen, so oft wie möglich. Und da sind wir eigentlich Gott dankbar, dass wir diese Gelegenheit bekommen. Nicht jeder hat diese Chance. Nicht jeder hat einen Rabbiner als Freund, als Bruder. Nicht jeder hat einen Pfarrer als Freund und Bruder. Nicht jeder Imam kann genau das, was ich heute hier vor euch, vor ihnen sage, nicht sagen. Deswegen fühle ich mich geehrt und wirklich auch von Gott auf dieser Ebene gesegnet. Ja, wir bauen gemeinsam ein Haus. Wir haben jetzt nicht die letzten paar Tage oder Wochen angefangen zu bauen, sondern wir bauen schon, wir versuchen seit 2011 diesen Schritt zu gehen. So ein komplexes Haus braucht Zeit und deswegen werden wir noch ein wenig Zeit brauchen. Aber gute Nachricht, wir haben nicht gewartet, bis das Haus fertig ist und wir arbeiten schon. Wir haben schon das House of One vom ersten Tag an angefangen zu beleben. Also, wie meine Brüder auch gesagt haben, es ist ein Haus. Ein Haus, wo, ja, die Weltreligionen, vor allem die drei Religionen, die diese Stadt, aber auch die Welt am meisten prägen, Juden, Christen und Muslime, die sind da zu Hause, so eng beieinander, aber sie behalten ihre Identität. Also, es ist jetzt kein Mischen, Vermischen, es ist eher ein Weg, in der das andere respektiert wird. Etwas, was wir heute in diesen jenen Tagen viel dringender brauchen als denn je. In der Ukraine, aber auch im Nahen Osten. Also, es gibt Menschen, die wollen schlagen, die wollen Gewalt ausüben, und die wollen nicht reden, die wollen keinen Frieden. Sie haben ihre eigene Motivation. Aber auch wir haben unsere Motivation. Wir sind diesen Weg, also mein Bruder Gregor Huberk hat gesagt, wir sind Pazifisten. Also, wir haben uns mit Überzeugung dafür entschieden, pazifistisch zu handeln. Also, es ist jetzt nicht die Ratlosigkeit, die wir haben, die Sprachlosigkeit, sondern wir sind davon überzeugt. Wir gehen diesen Weg, weil wir wissen, das ist der richtige Weg, und das ist der Weg, der funktioniert. Also, deswegen, meine Bitte an euch, an Sie an dieser Stelle, denkt nach, und versucht zu verstehen, wie das alles funktionieren kann. Kann man, oder hat man je überhaupt, auf der Welt, mit Gewalt Probleme gelöst? Zu Hause, in der Schule, in der Stadt, oder auf der Welt? Ich bin kein Historiker, aber mein Bruder, Andreas Nachmer, ist Historiker, und ich habe ihm auch diese Frage sehr oft gestellt, und ich glaube auch daran, dass es kein Frieden durch Gewalt entstanden ist, weil Gewalt, Hass, kann nur Hass produzieren. Natürlich, das ist eine Spirale, eine Spirale, der uns vielleicht in eine Verfangenschaft führen kann, aber letzten Endes, eine Seite muss irgendwann sagen, nein, ich bin nicht mehr bereit, am liebsten, am besten, gleich am Anfang, ich bin nicht bereit, egal, was der Gegenüber macht, ich bin nicht bereit, Gewalt auszüben. Dann, erst kann diese Spirale gebrochen werden, erst dann kann Frieden herrschen. Also, Frieden mit Gewalt, mit Waffen, hat es nie gegeben, wird es auch nie geben. Deswegen haben wir Geschichtsunterricht in der Schule, wir müssen einfach nur gut zuhören, und es verinnerlichen. Wir müssen genau aufpassen, und reflektieren. Und, geht und macht eure Schritte, indem ihr auch darüber nachdenkt, was für Konsequenzen haben die. Wir sehen, was für verheerende Konsequenzen all die Kriege jetzt haben, und wir wissen, was die Lösung ist. Wir sind überzeugt, wenn auch andere sich erheben und sagen, nein, nicht mit uns, nicht mit Gewalt, dann wird es auch funktionieren. Was wäre zuletzt, mit dem möchte ich auch abschließen. Ich hatte von einem, wir haben natürlich auch schlaflose Nächte, und an so einem Abend, wegen dem Nahen Osten, hatte ich ein Bild vor Augen, und ich habe so quasi wach geträumt, und habe mir einfach vorgestellt, wie dieser Frieden dort herrschen kann, und ich habe mir überlegt, wenn jetzt Palästinenser und Israelis, die Bevölkerung, die Menschen, für die das, dieser Frieden so wertvoll ist, wenn sie einfach mal etwas Weißes in die Hand nehmen würden und einfach in die Höhe heben würden, und wenn das jetzt die ganze Welt, alle Menschen nachmachen würden, könnten die Gewaltbereiten sich noch es zutrauen, weiter zuzuschlagen. Also, ich glaube an die Kraft des Friedens, und ich hoffe, dass auch andere das einsehen und erkennen, aber wir müssen gemeinsam helfen, dass wir dann zumindest sagen können, ich stand immer auf der richtigen Seite. Ja, vielen Dank auch für die bedeutenden Worte, sehr interessant, und jetzt kommen wir zu dem eigentlich interessanten Part, zu euren Fragen, dazu machen wir den Start mit den Vertretern der Schülerschaft, die in Zusammenarbeit mit Herrn Seifert, dem Politiklehrer, Fragen vorbereitet haben, ich würde das Mikrofon übergeben, und dann könnt ihr Fragen stellen, sie beantworten natürlich gerne die Fragen, und ja. Zu Beginn wollen wir Sie sehr herzlich willkommen heißen, ich bin Kahn, ich bin unser Schülersprecher seit zwei Monaten, und ich habe mich auf dieses Treffen schon lange gefreut, so eine Erfahrung können wir gegen nichts eintauschen, und wir wollen Sie im Namen der Schülerschaft, des Kollegiums und der Schulleitung sehr willkommen heißen und betonen, dass Sie die Perspektiven uns sehr viel bringen werden, und wir diesen Austausch sehr schätzen. Ganz genau, wir können eigentlich auf die erste Frage eingehen, die werde ich stellen, nämlich geht das an Sie alle. Sie als Geistliche haben eine spezielle Verantwortung, Ihre Gemeinschaften anzuführen, und da haben wir uns gefragt, hatten Sie in den letzten zwei Monaten, seit dem 7. Oktober, einen Influx an Leuten, die zu Ihnen kommen und fragten, was können wir tun, wie sollen wir uns fühlen, haben Sie spirituelle oder Lebensanweisungen, da Sie ja diese Rolle übernehmen, Ihren respektiven Gemeinschaften. Natürlich, es kamen Menschen zu uns, und die haben gefragt, wie sie damit umgehen sollen. Es gab auch Erlebnisse, die wir hatten. Ein Beispiel, wir hatten uns am Petriplatz, wo das Haus entsteht, mit einer Politikerin, Bundestagsvizepräsidentin, mit ihr haben wir uns auf diesem Platz getroffen, wir haben das Projekt erzählt, erklärt, und in dem Augenblick kam ein Mann auf mich zu, hat mich umarmt. Dann hat er gesagt, ich bin Israeli, ich bin Jude, habe hier ein Restaurant, den wir gemeinsam mit meinem Freund geöffnet haben, der ist Palästinenser und Muslim. Er steckt jetzt fest, er kommt da nicht raus, ich bete für ihn, und ich bin traurig, wie es dazu gekommen ist und wie es auch weitergeht. Er hat sich genau den Imam ausgesucht und den umarmt, und ich konnte ganz genau verstehen, was er meint. Und ich merkte, wie sehr die Gesellschaft genau diese friedlichen Stimmen braucht. Aber auch jetzt aus der eigenen Gemeinde bekomme ich derartige Fragen und ich sage immer, im Islam wird das Gebet zweierlei verstanden. Das Gebet mit den Worten, das, was wir auch sehr oft machen, weil mit Worten, Dua, zu beten, ist ein Bekenntnis, zu zeigen, wo man steht. Dann aber gibt es auch die Gebete in Taten, mit Handlungen. Ich denke, ein Gebet ist erst dann vollständig, wenn wir nicht nur Absicht erklären, uns an Gott wenden und Gott bitten für Frieden, sondern uns auch für Frieden engagieren. Und deswegen rufe ich eigentlich nur darauf, ich sage, versucht, überlegt euch etwas, was wirksam ist. Nicht etwas, was provoziert, sondern macht etwas, was wirksam ist. Also auch in meiner Gemeinde gibt es viele Debatten. Also es gibt da krasse Diskussionen, weil es gibt eben auch Menschen, die sagen, wir können uns nicht so richtig vorstellen, wie es gehen soll, wenn wir nicht Waffen an die Ukraine liefern, zum Beispiel. Und dann wird, es geht immer aus, das Ding, aber ich versuche es trotzdem. Dann wird diskutiert und wir versuchen irgendwie, den anderen zu respektieren in seiner Haltung und uns argumentativ zu überzeugen. Ich versuche mal mit dem anderen, das schaltet sich immer ab. Das ist das eine. Das andere ist, in kleinen Situationen, also mit einem Menschen oder mit zweien, da gibt es Gespräche, wo immer wieder deutlich wird, wie sehr es Menschen belastet, was gerade passiert. Nicht nur in Osteuropa, sondern eben auch im Nahen Osten. Dass die Seelen richtig wund sind, dass die Menschen darunter leiden, was für Bilder dort, also was für Sachen dort passieren, furchtbar, und dass die Bilder bei uns landen. Und das macht was mit der Seele des Menschen und das führt zu Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Und in solchen Gesprächen versuche ich dann, das ernst zu nehmen und darauf zu reagieren und sage, wahrscheinlich gibt es keine einfachen Antworten. Aber was ich sagen kann, ist, es hilft, wenn man in seinem Glauben beheimatet sein kann. Das kann eine Hilfe sein. Also da spreche ich dann von meinen Glaubenserfahrungen. Also solche Gespräche gibt es und ich glaube, die sind auch sehr, sehr wichtig für die Einzelnen. Und was besonders wichtig ist, das merke ich, also auch für meine Gemeinde, ist das Allerwichtigste im Moment, wenn wir zu dritt auftreten, wenn sie erleben können und sehen, es gibt einfach auch Situationen, wo Religionen nicht Teil eines Konfliktes sind, wo sie nicht dafür verantwortlich sind, dass Menschen sich die Köpfe einschlagen, sondern wo sie friedlich und freundschaftlich miteinander stehen können, wo sie respektieren können, dass der andere anders ist. Wenn das Menschen erleben, wenn wir zu dritt in der Synagoge sind oder in der Kirche oder auch am Bauplatz vom Haushof Wann, das ist den Menschen sehr, sehr hilfreich und tröstet sie. Und wir hatten jetzt in der Chanukka-Zeit in der letzten Woche auch ein Friedensgebet am Bauplatz. Wir haben da so eine Infobox. Da haben wir eingeladen, waren verschiedene Vertreter der Religionen und hinterher kam ein, der ist nach Israel gezogen, ein junger Mann, der wohnt jetzt in Berlin, er war aber vorher lange, ja, ist in Israel geboren und aufgewachsen und war da auch Soldat. Und er hat dann mir erzählt, mit Tränen in den Augen, er sagt, ich war so oft im Einsatz im Westjordanland und immer, wenn ich Arabisch gehört habe, habe ich Angst bekommen und es war furchtbar für mich. Und jetzt stehe ich hier mitten in Berlin und höre auf Arabisch ein Friedensgebet, den Koran rezitiert. Und jetzt merke ich erst, dass es was, wie viel Frieden auch aus dieser Religion kommen kann und was da drin steckt. Also solche Situationen versuchen wir natürlich zu provozieren und herzustellen und auf diese Weise auch den Menschen irgendwie Trost und Orientierung zu geben. Danke. Adidas. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in meiner Gemeinde ist, dass wir immer und zu allen Zeiten für Frieden gebetet haben. Wir sind davon überzeugt, dass ein Krieg nicht in dem Augenblick beginnt, wo die Waffen ausgelöst werden, wo man schießt. sondern dass es immer schon Zeiten davor gibt, wo man etwas tun kann. Und unsere Überzeugung ist eigentlich auch zu sagen, dass da, wo die Waffen dann losgelassen werden, eben die Politik versagt hat. Und zwar nicht in den 24 Stunden davor, vielleicht in den 24 Tagen davor, vielleicht in den 24 Monaten davor, vielleicht in noch längerer Zeit. Und ich selber, der ich auch Historiker bin, kenne eigentlich keinen Krieg, der nicht hätte vermieden werden können. Ja, das Wenn in der Geschichte gibt es nicht, wenn, wie, was. Und doch, denke ich, wir beschäftigen uns mit der Entstehung von Kriegen nicht deshalb, damit neue Kriege entstehen, sondern damit man daraus lernt, wie man in Zukunft Kriege vermeiden kann. Und insofern ist das, was wir als Friedensgebet verstehen, nicht nur etwas, was sozusagen rückblickend für Frieden jetzt in die Zukunft bittet, sondern etwas, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Nur wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, dann wird man in der Zukunft etwas verändern können. Und das betrifft ganz sicherlich den Konflikt im Osten hier unseres Kontinents. Ich erinnere mich noch, wie es keine Tagesschau gab in der nicht irgendwelche Kettenfahrzeuge gezeigt wurden, die als Game Changer bezeichnet wurden. In der Zwischenzeit werden die Dinger repariert oder stehen ausgebrannt auf den Schlachtfeldern rum und haben außer Tod und Vernichtung an mehr Menschen auch nichts bewirkt. Und so geht es darum, unsere Kraft zu bündeln, unsere Kreativität zu nutzen, damit Situationen erdacht werden, in der der Frieden einen Raum hat. Dafür bitten wir, dafür denken wir und darauf setzen wir. So viel Wert an dieser Stelle. Dankeschön für Ihre eindrucksvollen Anekdoten. Wir nehmen Sie sehr gerne mit. Weiter macht unsere Kunst-LK-Sprecherin Abjad mit einer Frage, die Sie hat. Dankeschön. Ja, ich bin die Ebra und meine Frage geht jetzt zu einem Artikel. Also ich glaube, bei dem Artikel handelt es sich um Zeitzeichen.net und Sie haben in dem Artikel über das Heilige Land gesprochen und damit ist ja Israel gemeint. Meine Frage wäre, warum wird Israel als Heiliges Land angesehen? Die Frage geht an alle und ja. Naja, also ich bin da immer skeptisch, wenn es von heiligem Boden oder so die Rede ist, aber wichtig ist ja schon, dass in Jerusalem die drei Weltreligionen zu Hause sind. von dort gingen wichtige Botschaften aus und dort bündelt sich das Ganze und natürlich ist das eine Stadt, die bis jetzt etwas aus meiner Sicht jeden ausgespuckt hat, der den Anspruch erhoben hat, sie alleine zu besitzen. Die Kunst wird darin bestehen, auch dafür eine Lösung zu finden, die es allen drei Weltreligionen möglich macht, an den Orten zu beten, an denen, die ihnen wichtig sind. Das ist vielleicht nicht etwas, was alle Tage in der Geschichte passiert, aber wenn man Frieden im Nahen Osten haben will, dann werden alle sozusagen dem Frieden ein Stück Raum geben müssen. Nicht, indem man etwas aufgibt, sondern indem man nach Möglichkeiten und nach Perspektiven sucht, etwas, was man gemeinsam hat, teilen zu können. Das wird nicht einfach, aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Im heiligen Land, da liegt Jerusalem und Jerusalem wird auf Arabisch wie genannt Al-Quds. Quds, das bedeutet heilig und heilig ist eigentlich jetzt vollkommen. Heilig bedeutet vollkommen. Es ist rein und so, wie es eigentlich der Normalzustand ist. Es ist jetzt nicht etwas ganz Außergewöhnliches, sondern eigentlich etwas, was normal sein sollte. Und genau dieses Land, dieser Ort hat es hin und wieder mal geschafft, ein Modell für die ganze Welt zu sein, ein Ort zu sein, wo Menschen in Frieden leben konnten, ein heiles Land. Und wenn wir dieses Land weiterhin heil nennen, denke ich mal, ist es auch ein Stück ein Gebet, eine Hoffnung, es wieder auf diesen Weg zu führen. Ich könnte jetzt auch noch mal theologisch antworten, vielleicht nur mit ein paar Worten. Jerusalem Al-Quds ist der Ort, wohin die Himmelreise des Propheten Mohammed, Friede und Segen sein mit ihm, stattgefunden hat und von Jerusalem aus ging es in das himmlische Jerusalem und deswegen vom Himmel aus wurde dann quasi auch das fünfmal tägliche Hauptgebet als Geschenk mitgebracht, das Allerwichtigste im islamischen Leben. Also es ist besonders, es ist ein besonderer Ort, also es ist heilig. Also für Christen bezieht sich der Begriff heiliges Land nicht auf den Staat Israel, sondern auf das gesamte Gebiet rund um Jerusalem und es sind eben auch palästinensische Gebiete, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu, Bethlehem liegt in einem palästinensischen Gebiet, also heiliges Land ist für Christen sind die Orte, wo die Geschichten spielen, die in der Bibel angesiedelt sind, sowohl in der hebräischen Bibel als auch im Neuen Testament. Also jetzt anschließend auch auf diese Frage, die Error gerade gestellt hat, würde mich jetzt vielleicht spezifisch an Herrn Nachamer interessieren, ob die Thora das Leben im Heiligen Land vorschreibt, ob das irgendwie dort vertreten ist und vorgeschrieben ist. Naja, das ist nicht so ganz einfach, weil dieses Jerusalem, auf das zum Beispiel alle Synagogen ausgerichtet sind, ist eben nicht der Ort auf der Landkarte, sondern das ist das Jerusalem des Himmels. Das Jerusalem des Himmels ist sozusagen Licht, die Thora ist Licht und die kommt eben vom Osten, deshalb sind die Synagogen geostet. Man könnte von Berlin ja lange nach Osten gehen, dann kommt man in Moskau oder ich weiß wohan, aber eben nicht in Jerusalem. Aber man kommt natürlich zum himmlischen Jerusalem, das da ist, wo die Sonne herkommt. Ex orientalux aus dem Ost kommt das Licht, die Tora ist Licht und die Tora ist am Ende dafür da, so heißt die Formulierung immer, an dem Ort, den ich erwählen werde, also den ich Gott erwählen werde, da soll sozusagen die Tora herrschen. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass dieser Ort, den Gott erwählt, überall da ist, wo eine Synagoge errichtet wird. Also in der Zwischenzeit eben ist dieser ursprünglich biblische Glauben, der auf das biblische Land bezogen war, ist in den letzten 2000 Jahren universalisiert. Überall da, wo zehn Juden miteinander leben, entsteht eine Gemeinde, wo eine Gemeinde entsteht, ist der Ort für die Tora. Also es ist aus dem geografischen Ort in den letzten 2000 Jahren ein Ort ist ein Ort geworden, der mehr sozusagen in der Vorstellung existiert und der eben mit der Ostung der Synagogen auf den Ort hin, wo das Licht herkommt, auch nochmal abstrahiert worden ist. Also die Antwort ist nein, es bezieht sich nicht auf das geografische Land, sondern es bezieht sich auf ein abstraktes, überall universal vorhandenes Gebiet. Ich würde mich vorher noch kurz vorstellen, ich bin Hauke aus dem ersten Semester und ich möchte eine direkte Frage an Herr Hoberg stellen, nämlich ist die Frage, was die Bibel über Zeiten des Konflikt sagt und ob es spezielle Anweisungen beziehungsweise Ausnahmen im Verhalten gibt, die dort niedergeschrieben sind. Ja, das ist eine spannende Frage. Also da gibt es einiges, was da gesagt wird zur Konfliktvermeidung. Also da gibt es eine ganze Menge, insbesondere im Neuen Testament. Jesus war ja völlig gewaltfrei unterwegs, er hatte auch kein Amt und er hatte keine Position und keine Macht und kein Geld, er hat nur gewirkt durch sein Wort und wie er sich verhalten hat. Und auf diese Weise hat er versucht Grenzen zu überschreiten und Konflikte zu lösen und hat eben Worte gesagt, die auch eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Also zum Beispiel hat er gesagt, ihr wisst, was das höchste Gebot ist, liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele das findet sich auch so in den allermeisten anderen Religionen in ähnlicher Weise und hat dann gesagt, und liebe deine Feinde oder liebe deinen Feind. Also das ist etwas, was wahnsinnig schwer erstmal auch schon zu hören ist. Man soll seinen Feind nicht nur respektieren, sondern ihn auch ernst nehmen, in seinem Menschsein, ihn lieben. Also erstmal ist das eine totale Überforderung, die da im Raum steht, aber wenn man dann guckt, wie er gelebt hat, hat er genau versucht, es durchzuhalten. Er hat sich nicht gewehrt, als er gefangen genommen wurde, gefoltert wurde, ermordet wurde. Und es wird berichtet, dass er selbst in der Stunde seines Todes noch gesagt hat zu seinen Feinden, Gott Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also es wird versucht, bevor ein Konflikt aufbricht, Konfliktvermeidung in die Welt zu pflanzen, mit diesen Sätzen, aber auch mit den verbundenen Handlungen. Und die zentrale Handlung, die er installiert hat, um das zu erreichen, war, sich mit den, und das ist dann wiederum gar nicht so schwer, sich mit anderen an einen Tisch zu setzen, gemeinsam zu essen, Brot und das Essen zu teilen und das Trinken und ins Gespräch zu kommen, den anderen kennenzulernen. Und zwar, egal was der andere ist, ob es die Prostituierte, der Steuerhinterzieher oder sonst was ist, er hat diese Einladung immer sehr, sehr weit gefasst und dadurch gezeigt, wie er meint, was er sagte. Herr Sanjö, wir haben eine Frage für Sie. Und zwar tut Allah ja im Koran oft beschreiben, wie die Kinder Israels sozusagen, also die ursprünglichen Juden und Jüdinnen Idole schafften. Das erwähnt Gott natürlich nicht, damit Hass geschüht wird, das ist klar, aber heutzutage findet man oft, Jugendliche in unserem Alter oder junge Erwachsene, die Muslime sind und in Berlin oder in anderen Großstädten leben, dazu aufrufen, dass Jüdinnen und Juden, die von heute ich weiß nicht recht veraltet werden oder es ihnen gesagt wird, guckt sogar eure Vorfahren haben sich von Gott gewandt, obwohl selbst in den selben Versen steht, dass das nur ein kleiner Teil der Jüdinnen und Juden war. Wie gehen Sie als spiritueller Anführer daran, dass unsere Mitbürger mit muslimischen Hintergrund, die viel Frust haben, vor allem auch wegen der Situation gerade nicht in einen antisemitischen Gedanken Weg gehen? Auch damals, aber auch heute ist natürlich erlaubt, Kritik auszuüben. Das macht eigentlich auch der Koran. Der Koran übt Kritik gegenüber Juden aus, Kritik über Christen, Kritik gegenüber die mechanischen Polytheisten damals, aber auch Kritik gegenüber Muslimen selbst. Also, wenn Sie genau im Koran nachschaut, da darf man jetzt nicht selektiv gucken und punktuell und daraus etwas ableiten. Sie müssen genau das ganze Bild sich anschauen. Dann werden Sie sehen, Kritik gegenüber allen Gesellschaften gerichtet werden, denn Kritik ist wichtig, um sich weiter zu entwickeln, zu entfalten. Aber zugleich werden auch alle gelobt und sie kommen auch lobend vor, sowohl Juden, sowohl Christen und und und. Also, weil wir alle Menschen sind und weil wir aus unserem Menschsein heraus etwas lernen müssen. Wenn jetzt Jugendliche zu mir kommen und irgendwie anlässlich des Korans sagen würden, sehr kritisch, irgendwie vielleicht über die Kritik hinaus sehr feindselig gegenüber Juden oder Israelis argumentieren würden, dann würde ich nur mal auf etwas hinweisen. Ich würde sagen, der Glaube und die Nähe zu den Propheten ist etwas sehr zentral ist im Islam. Wir werden verpflichtet, an Propheten zu glauben, an alle Propheten zu glauben und es heißt in der Tradition, dass es mehr als 100.000 Propheten auf die Welt kamen. Aber wir kennen eigentlich eher die Propheten nach einer Meinung 28, nach anderer Meinung vielleicht 25 und und und. Kann man auch nochmal überlegen, dass eine oder andere doch ein Prophet ist oder nicht, darüber streiten. Aber letzten Endes, bis auf Mohammed, Friede und Segen Sein mit ihm, sind alle Namen eigentlich jüdisch. Alle Propheten im Koran sind jüdisch, jüdischen Ursprungs. Also dann müsste man nochmal einen Schritt zurücktreten und überlegen, ja, auch im Koran wird selbst im Koran auch gesagt, dass diese Menschen auserwählt wurden. Und das widerspiegelt sich ja, dass so viele Propheten kommen. Also wir dürfen kritisieren, aber wir dürfen nicht übersehen, dass genau, wenn auch so viel Kritik da ist, auch so viel Qualität dahinter steckt. Und das widerspiegelt sich, dass so viele Propheten aus dieser Linie kamen. Also sollte man auf das Volle im Glas gucken und nicht aus das Negative und daraus lernen. Jetzt vielleicht wieder eine Frage für alle. Politik und Religion sind besonders zu dieser Zeit sehr naheliegend und mich würde interessieren, wie fern dieses Geflecht richtig ist, Ihrer Meinung nach. Also ich bin der Meinung, dass es grundfalsch ist, wenn es eine Verflechtung gibt. Ich bin der Meinung, dass Religion und politische Macht unbedingt getrennt hören. Religion ist etwas, was für den Einzelnen, für seine Seele extrem wichtig ist und für das gemeinschaftliche Zusammenleben. Und Religion ist immer dann gefährdet, auch missbraucht zu werden, wenn sie zu nah an der Macht ist. Eben weil sie so tief reicht und mit Emotionen verbunden ist, sind die Menschen empfänglich über ihren Glauben auch verführt zu werden. Und darum kann Religion sich am besten vor Missbrauch schützen oder vor Fehlentwicklung, wenn sie von der Macht komplett getrennt ist. Ich finde, Religion darf keine Macht haben. Religion darf nicht in der Politik Öffentlichkeit sollte wahrnehmbar sein, sollte in den Medien vorkommen. Sie hat Wichtiges zu sagen, aber sie braucht keine Entscheidungsmacht. Wohin das führt, sieht man jetzt ganz aktuell, und es war immer so, dass es solche Situationen gab, in dem Konflikt, in dem Krieg, Russland gegen Ukraine. Die russisch-orthodoxe Kirche ist blind gegenüber der eigenen Tradition, weil sie so nah an der Macht ist. Es ist ein absolutes Trauerspiel. Und sowas kann man verhindern, wenn man als religiöse Vertreter, so wie wir und andere, dafür sorgt, dass man Abstand hat zu politischen Entscheidungsträgern. Anfang März letzten Jahres, also kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, gab es ein Treffen von den beiden Bischofskonferenzen, der evangelischen, der katholischen, und der beiden Rabbiner-Konferenzen in Deutschland. Und das Traurige, was ich da erleben musste, war, dass weder die Vertreterin der evangelischen Kirche noch die Vertreter der katholischen Kirche noch meine orthodoxen Kollegen in der Lage waren, diesen Krieg als solchen zu verurteilen, sondern die auf einmal ganz beseelt davon waren, das Unrecht doch mit Waffengewalt aus der Welt zu schaffen. Und ich glaube, wer diesen Ansatz geht, der hat schon verloren. Also, ja, Religion soll ganz stark sein, im Herzen. Religion soll ganz stark sein, in Moscheen, in Synagogen, in Kirchen. Aber Religion soll ganz kritisch sein, wenn es darum geht, auf einmal dazu aufzurufen, dass der eine gegen den anderen aufsteht oder dass man mit Waffengewalt die Welt verbessern könnte. Nein, nicht mit Kraft und nicht durch Macht, sondern durch göttlich Geist wird die Welt verändert werden. Dafür, denke ich, beten wir und das sieht man auch in jeder Situation. Also, insofern bin ich für eine, ja, offentlich Präsenz von Moscheen, von Kirchen, von Synagogen, gar keine Frage, aber eben auch für eine Distanz zu dem, was gerade in den Medien oder was gerade in der Politik für so ganz besonders wichtig gehalten war. Distanz ist immer gut. Ja, ich schließe mich an Gregor Hubert an. Macht, Kraft kann gefährlich sein. Und unsere Zeit hat es nicht nur während des Ukraine-Kriegs, sondern auch an anderen Orten immer wieder gezeigt, wie stark eigentlich die religiösen Gemeinschaften, religiöse Vertreter instrumentalisiert werden. Wir haben gesehen, wie stark eigentlich Religionen immer als Anlass genommen wurden und Gewalt ausgeübt wurden. Also, das kann und das ist gefährlich, das kann gefährlich werden und das ist gefährlich. Wir haben aber allerdings in der Geschichte immer wieder erlebt, dass es anders war, dass auch Religionen mit ihrer Macht für Frieden sorgen konnten. Ich sehe aber leider, dass heute dies ein bisschen verlernt wurde. Also, deswegen gehe ich mit und sage, ja, diese Religionen sollen diese Macht heute nicht haben, aber das ist nicht die ganze Lösung. Ich glaube, wir müssen Menschen helfen, eigentlich mit Macht umzugehen und deswegen sage ich, nicht nur Religionen, sondern alle Menschen, auch Politiker, die mit Macht nicht umgehen können, die sollten keine Macht haben. Putin sollte auch keine Macht haben. Er ist kein religiöser Vertreter, er ist ein Politiker, aber er verdient es, nicht die Macht zu haben. Also, von daher, wir sollten über die Religionen oder Weltanschauungen Position hinaus uns genau die Menschen anschauen und eine Gesellschaft müsste so stark sein, dass sie es nicht erlaubt, dass sie eine Person, die so gewaltbesessen ist, dann einfach so viel Macht bekommt. Hier noch eine kurze Nachfrage. Sie haben sich als Pazifisten bezeichnet. Kann es nicht doch gerechtfertigte Gewalt geben? Was wäre zum Beispiel eine Alternative für Ukraine im Umgang mit der russischen Invasion? Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Wie ich das vorhin schon versucht habe zu sagen, der Krieg beginnt nicht in dem Augenblick, in dem geschossen wird. Er beginnt schon vorher. Und wenn man vorher Situationen herbeiführt, die am Ende dann zu Gewalterruptionen führen, dann hat man schon verloren. Also ich würde immer dafür sagen und dafür plädieren, lasst uns Wege finden, wie man Gewalt vermeiden kann. Und mit diesen Wegen kann man dann nach meinem Dafürhalten viel mehr tun. Ich meine, wenn man sich anguckt, was heute in der Ukraine los ist, die großartige Sommeroffensive, wohin hat sie geführt? Wie viele Tausende, Zehntausende Menschen sind verstümmelt? Wie viele Städte liegen in Schutt und Asche? Was ist damit gewonnen? Also man muss das schon sagen, man muss sehr intensiv darüber nachdenken, wie man Situationen vermeidet, wo sozusagen es zu dieser Gewalterruption kommt. Insofern, ja, ich bleibe dabei. Ohne Gewalt, Gewalt vermeiden ist besser als mit Gewalt. Ich würde auch sagen, vielleicht mal um es klarzustellen, der Islam ist keine pazifistische Religion und somit verstehe ich mich jetzt nicht vom Grunde aus vielleicht einen Pazifisten, aber ich habe mich persönlich dafür entschieden, pazifistisch zu sein und zu handeln. Also, das ist die Zeit, in der wir leben, die es erlaubt, eigentlich auch pazifistisch zu sein und es ist die Zeit, die wir sind entwickelt, wir sind jetzt nicht mehr, wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, die man vor 2000 Jahren hatte, vor 1000 Jahren hatten. Also, es ist die Zeit, in der man wirklich pazifistisch handeln sollte. Ich glaube, das ist auch kein Träumen, es hat auch islamisch-theologische Wurzeln, man hat sehr früh eine Debatte geführt, inwieweit es erlaubt ist, ja, Menschen quasi deren Tod zum Beispiel in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel hat man zwischen dem absoluten und relativen Gerechtigkeits Vorstellung gestritten. was heißt ist, eine absolute Gerechtigkeit ist, dass man ohne Wenn und Aber sich für Gerechtigkeit einsetzt und das erfordert, dass man eigentlich auch ohne Wenn und Aber sich für Frieden einsetzt. Eine relative Gerechtigkeit bedeutet, dass man eigentlich auch das Leben anderer in Kauf nehmen kann. Und da bekommt eigentlich auch der Krieg, die Gewalt einen Raum. Ich sage immer, jetzt jene, die Kriege führen, wenn die eigenen Kinder, sage ich mal, selbst betroffen wären, weil man hat damals auch dieses Beispiel genommen, wenn jetzt neun Gewalttätige oder Verbrecher oder Terroristen auf einem Schiff sitzen würden und eine unschuldige Person, darf diesen Schiff versenken oder nicht. Diejenigen, die für relative Gerechtigkeit sind, die haben gesagt, ja, wir wollen die ganze Gemeinschaft schützen, also eine Person können wir ja natürlich da aufopfern. Aber die, die für absolute Gerechtigkeit sind, die sagen, nein, ein Menschenleben reicht dafür, um nein zu sagen. Und ich sage immer, jene, die für Gewalt sind und Kriege führen, würden die ihr eigenes Kind Sohn und Tochter auf dieses Schiff setzen und dann die gleiche Entscheidung treffen? Wenn die ja sagen, dann habe ich nicht viel zu sagen. Aber wenn die diesen Mut nicht haben, das würde eigentlich auch jedes Gewissen eines Menschen vielleicht gar nicht zulassen, dann ist es auch nicht erlaubt, die Söhne und Töchter anderen Menschen so zu gefährden und in den Krieg zu schicken und sie einfach als Kollateralschaden zu verstehen. Also ich stehe auch dazu, egal, was das Ergebnis ist, wir müssen immer friedlich Wege suchen. Also auf dem Schlachtfeld ist das Getöse laut, da hört man pazifistische Stimmen gar nicht, im wahrsten Sinne des Wortes und Menschen, die in der Schlacht sind oder in einer gefährlichen Situation, die haben Angst, die kämpfen um ihr Leben auf beiden Seiten, also auch gegeneinander und darum ist es so wichtig, so wie meine beiden Mitbrüder das jetzt auch schon gesagt haben, dass bevor die Waffen sprechen wir im Einsatz sind, dass wir und ihr das ist entscheidend was wir machen, wie wir uns verhalten, wie wir wofür wir unsere Kraft einsetzen, es ist ein Unterschied, ob man Waffen produziert oder eine Bäckerei errichtet, es ist einfach ein großer Unterschied und es hängt dann auch von den Einzelnen ab, wie sie sich einbringen und welche Akzente sie im Leben Wir danken vielmals für diese wirklich sehr interessanten Perspektiven zum Pazifismus und wie wir unseren Frieden mit verschiedenen Religionen und Meinungen erreichen können. An dieser Stelle gehen wir tatsächlich auch in unsere letzten Fragen über. Bisher danken wir ihnen, dass sie durchgehalten haben und stets intellektuell uns gefördert haben. Ich habe eine Frage an Herrn Nachhammer tatsächlich und zwar wurde in den letzten Wochen vermehrt gesagt von Leuten, die gegen die Assistenz des Staates Israel sind, dass Juden doch in einem heiligen Exil seien und bis der Messias den zweiten Tempel wieder aufbaue nicht zurück können dürften. Aber dann habe ich recherchiert und herausgefunden, dass es einige Gruppen gibt, die dafür sind, dass man einen dritten Tempel, der Solomons Tempel und den zweiten Tempel aufbaut. Da wäre ich was Sie dazu sagen und wie das mit dem Staat Israel zu tun hat. Der Staat Israel ist ein säkularer Staat. Religiös gesehen ist das ein Staat wie jeder andere. Religiös gesehen kommt die Erlösung, wie auch immer die dann aussehen mag, wo der Löwe neben dem Lamm sitzt und nicht jede Stunde jemand ein neues Lamm hinlegt. Also die beiden wirklich dauerhaft nebeneinander sitzen. Das heißt eigentlich, sich die ganze Natur auch nochmal verändert. Die messianische Zeit ist nicht nur einfach eine Zeit, wo es eine politisch günstige Konstellation gibt, sondern wo sich selbst die Natur verändert. Also was dann passiert, das ist sozusagen nicht wirklich voraussehbar. Also es wird ein paradiesischer Zustand entstehen. Es wird ein Zustand entstehen, in dem eben nicht mehr Volk gegen Volk mit irgendwelchen Waffen zu Wege zieht, sondern wo die Dinge erlöst sind. Also das Gebet geht eben so, der himmlische Frieden, der in den Himmelshöhlen herrscht, kommt herab auf die Erde. Und also wird hier auch, wenn Feinde nebeneinander sitzen, werden wilde Tiere und nicht wilde Tiere nebeneinander sitzen und friedlich miteinander sein können. Und insofern, sagen wir mal, ist diese Zeit der Erlösung, wo es dann ein, wo auch die Staaten gar keine Rolle mehr spielen, wo sozusagen auch die unterschiedlichen Regionen keine Rolle mehr spielen war, alles bei Gott aufgehoben ist. Das ist sozusagen das, wofür wir beten und wofür wir vielleicht auch leben, ein Teil dieser Erlösung zu sein. Und wenn man sich das mal anguckt, keine Generation muss das Rad neu erfinden. Keine Generation, die nach uns kommen muss, weiß ich, das Handy oder das Mikrofon neu erfinden. und wir sehen auch in der Medizin, welche Fortschritte es gibt, um selbst böseste Krankheiten einzudämmen und vielleicht eines Tages auch zu besiegen. Und das ist sozusagen der Punkt. Also eine Welt, die erlöst sein wird. Dafür beten wir. Und wie die dann im Detail aussieht, das ist schwer zu sagen. Danke, dass Sie uns das so aufgeschlüsselt haben, weil wir oft uns, glaube ich, in Skripturen oder Artikeln verlieren, wenn es um den Dunentup oder die Zeit des Messias geht. Danke, dass Sie uns auch diese Beispiele genannt haben. Ich werde Jeban Hauke und ich glaube, dann gehen wir auch in die offene Fragerunde über. Dankeschön bis jetzt. Ich würde dann gerne noch einmal eine letzte Frage von uns stellen, nämlich würde mich auch persönlich interessieren, weil ich hatte die Ehre, Herrn Bischof Malkas kennenzulernen und mich würde interessieren, ob Sie wissen, wie er in seiner Gemeinschaft mit diesem jetzt wieder eskalierenden Konflikt umgeht und ob das ein Beispiel für unseren gemeinsamen Umgang mit diesem Konflikt in Berlin ist. Ja, also Bischof Malkas gehört ja zu einer ganz kleinen Kirche in Georgien und die haben ihre Kirche in Tiflis in der Hauptstadt und die folgen ja ganz dem Haus einander auskommen können, dass man in seiner Religion zu Hause ist und zugleich aber die anders religiösen anerkennt und sie kümmern sich vor allen Dingen auch um Flüchtlinge. Georgien ist ein Land, was jetzt gerade viel zu tun hat mit Flüchtlingen aus Armenien, also aus diesem Gebiet Berg Karabach, die sind da vertrieben worden oder da gab es Konflikte und die sind rausgedrängt worden aus Aserbaidschan und nach Armenien oder auch nach Georgien gegangen und sie versuchen zwischen diesen beiden Seiten auch zu vermitteln. Sie versuchen zu sagen, kommt an einen Tisch, lasst uns reden, egal ob ihr aus Armenien oder aus Aserbaidschan seid. Sie haben Kontakte zu russischen Dissidenten genauso wie zu Russen, die sozusagen auf der Seite Putin stehen und versuchen da zu vermitteln. Also auf allen Ebenen versuchen sie Gesprächsangebote zu machen und in ihrer Gemeinschaft bieten sie jeden Freitag für den Frieden in der Ukraine und jeden Sonntag für den Frieden im Heiligen Land. Also sie sind da schon ziemlich involviert und versuchen zu tun, was sie können als kleine Gruppe. Vielen Dank an die Schülervertreter für die interessanten Fragen und natürlich auch für die Antworten. Wir kommen gleich zu der offenen Fragerunde, also wenn ihr Fragen habt, eurerseits könnt ihr sie gerne schon bereithalten. Anschließend kommen wir zu unserem Friedensgebet und vorher hätte ich tatsächlich noch eine Frage, die mich interessieren würde, aus vielleicht etwas juristischer Sicht und zwar wir sehen ja immer mehr, dass auch aus Social Media ein Diskurs stattfindet, ein Austausch stattfindet zwischen unterschiedlichsten Meinungen. Unser Grundgesetz versucht ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen der Meinungsfreiheit, Artikel 4, Religionsfreiheit, Artikel 5, Artikel 4, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Würden Sie sagen, unser Grundgesetz geht richtig mit dem Diskurs um oder müsste unser Grundgesetz härter durchgreifen oder auch unsere einfachen Gesetze härter durchgreifen oder würden Sie sagen, so wie es aktuell läuft, kann es weitergehen? Das würde mich gerne interessieren und gerne an Herrn Nachhammer die Frage und falls Herr Sanje und Herrn Hoberg was zu ergänzen haben, gerne. Also ich würde zunächst mal sagen, das Grundgesetz ist das Grundgesetz und das Grundgesetz heißt Grundgesetz, weil es nicht jeden Montag und Mittwoch verändert werden soll, sondern weil es sozusagen so eine lange und große Dignität hat. Soll man also jetzt nicht bei jedem Missstand, der einem ins Auge springt, über den man sich vielleicht auch persönlich ärgert, sagen, wenn wir das Grundgesetz ändern? Ich glaube, ganz im Gegenteil, ich glaube, das Grundgesetz bietet einen guten Rahmen, aber man muss immer gucken, was sind die Gesetze, die hinter dem Grundgesetz stehen? Und werden sie alle tatsächlich nicht nur, dass sie im BGB, im bürgerlichen Besetzbuch oder im Strafgesetzbuch stehen, sondern werden sie auch wirklich umgesetzt oder eingehalten? Also tut der Staat genug, um sie umzusetzen? Und natürlich entsteht im Internet gelegentlich ein rechtsfreier Raum, weil dann der Server in, ich weiß nicht, wo steht Honolulu und in Honolulu gilt das Grundgesetz nicht. Das würde ich auch durch eine Grundgesetzänderung nicht verändern können. Und dann hat man in gewisser Weise Probleme. Und da finde ich, kann man an den Problemen, kann man im Rahmen der normalen Gesetzgebung, nicht der Grundgesetzgebung, sondern der normalen Gesetzgebung eben arbeiten. Und ich finde, daran soll man auch arbeiten. Da soll man europäische oder auch vielleicht sogar von der UNO beschlossene Wege finden, um Dinge auszuschließen, die ein einzelnes Individuum, aus welchen Gründen jetzt auch immer, sozusagen den berühmten Shitstorm versehen. Und da, denke ich, muss man daran arbeiten. Das ist gar keine Frage. Das ist eine politische Frage. Das ist eine politische Frage für diejenigen, die politische Verantwortung tragen. Aber das Grundgesetz, lassbar das Grundgesetz sein, ich glaube, das gibt einen guten Rahmen. Und unsere Aufgabe ist nur sozusagen als politische Menschen dafür zu sorgen, dass der Rahmen, der da gesetzt wird, auch gelebt wird. Also das Grundgesetz ist ja aus dem Geist der, der, der furchtbaren Situation nach dem, also des Zweiten Weltkriegs entstanden, nach der Niederlage und mit viel Hoffnung verknüpft, es jetzt anders und besser zu machen. Also im Mittelpunkt stehen eben auch pazifistische Gedanken, aber eben auch die Gedanken der Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Und ich finde da, ich finde es als Rahmen oder als Grund wunderbar. Und da sind halt Sätze drin, die sind viel mehr als juristischer Text. Die funkeln wie Diamanten. Also der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der ist so unendlich wertvoll. Und wenn man immer wieder schafft, sich sozusagen darauf zu beziehen, dann gibt es natürlich Situationen in der Gesellschaft heute oder Gesetze, die finde ich, die werden dem nicht mehr gerecht. Also allein, wie es möglich ist, dass sozusagen über die Freiheit der sogenannten sozialen Medien Sachen in die Welt gepustet werden, die wirklich die Menschenwürde mit Füßen treten. Allein dieser Punkt, wir stehen immer hilflos davor und denken, ist ja alles ganz furchtbar, aber es läuft immer weiter. Es gibt Lügen, furchtbare Bilder, die sozusagen die Menschen direkt erreichen über ihre Smartphones. Und es hat mit Würde des Menschen und mit Respekt nicht viel zu tun. Und wenn es der Einzelne schafft, damit umzugehen, dann finde ich, ist das eine Frage, wo der Gesetzgeber wirklich nochmal nachjustieren muss. Mit Blick aufs Grundgesetz. Das Grundgesetz ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft. Es ist etwas Verbindendes. Es ist eine Grundlage und es ist auch eine Weltanschauung. Es wurde sehr viel da investiert und sehr vorsichtig aufgebaut und das muss auch geschützt sein. Also das Grundgesetz darf nicht als eine Theorie bleiben. Es darf man, wir dürfen uns auch nicht von diesem Geiste entfernen, weil wenn die Emotionen hochkochen, dann entstehen eigentlich auch die Gefahren, dass genau das sehr schwer Erarbeitete auch aus den Händen gehen kann. Wir sehen etwas und zwar manche ärgern sich vielleicht, dass so viele Geflüchtete herkommen, aber es ist kein Zufall, dass diese Menschen, manche jetzt Wirtschaftsflüchtlinge, ja, aber hauptsächlich sind es Kriegsflüchtlinge und es sind politische Geflüchtete. Und es ist egal, ob die selbst es bewusst sind oder nicht, sie entscheiden sich für Länder, aber auch vor allem für Deutschland. Und da muss man einfach mal stoppen und überlegen, warum ist diese Entscheidung da? Was ist hier so wichtig? Was ist so wertvoll, was die Menschen herlockt? Und das ist meines Artens eigentlich auch das Grundgesetz, aber das muss wirklich auch geschützt werden, gelebt werden. Ja, vielen Dank für die Antworten. Jetzt würde ich das Mikrofon auch an Freiwillige übergeben, die jetzt vielleicht eine Frage stellen wollen. Gerne Name und Jahrgang und dann die Frage. Mein Name ist Leonid, ich bin in der 10. Klasse und ich habe eine relativ grundlegende Frage und zwar, wie haben Sie drei zueinander gefunden? Wie haben Sie es geschafft, drei Religionen zu verbinden, die mehr oder weniger im Konflikt zueinander stehen? Also ich glaube, wir haben uns gesucht und gefunden. Also es gab eben dieses Grundstück und dann die Idee zu sagen, also so wie Andreas Nachamers von geschildert hat, da stand die älteste Berliner Kirche, die ist im Krieg zerstört worden. So und jetzt gab es irgendwann die Frage, soll man das wieder aufbauen? Und da hat die örtliche Kirchengemeinde gesagt, nee, das ist Quatsch, es gibt überall Kirchen, wir brauchen jetzt hier nicht noch eine Kirche wieder hinsetzen, sondern wir versuchen hier mal was Neues und zwar mit anderen Religionen zusammen ein Gebäude zu errichten. Und dann haben wir uns gesucht und gefunden. Ja, und so sind wir jetzt unterwegs. Ganz kurz, Doa, das Gebet ist eigentlich die Bitte an Gott, etwas wünschen, verlangen. Und ich glaube, im Zentrum des Ganzen ist, weil wenn wir die einzelnen Biografien uns anschauen, wir haben nicht erst dann mit dem Dialog angefangen, mit dem Gespräch angefangen, das war uns quasi mehr oder weniger in die Wiege gelegen. Wir haben sehr früh mit dem Dialog angefangen. Und diese bewusste, unbewusste Bitte an Gott, dessen Ergebnis, also es ist Gottes Segen für mich, dass wir zusammengekommen sind. Ich könnte am Ende auch erzählen, dass wenn man einmal sozusagen erlebt hat, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen in einer ausweglosen Situation helfen, über Glaubensgrenzen hinweg, dann versteht man, dass das nicht nur diese außergewöhnlichen Menschen können, sondern auch andere. Also um das Rätsel sozusagen aufzulösen, meine Mutter hat hier in Berlin als Jüdin überlebt, weil sie von Christen und Christinnen versteckt worden ist. Und wenn man das einmal versteht, dass das möglich ist, dass man ein Leben retten kann, über Glaubensgrenzen hinweg, dann ist das nicht nur an der einen Stelle, also hier in diesem Fall Judentum und Christentum, sondern ist das auch an einer anderen Stelle eben genauso denkbar und nicht Utopie. Und so bin ich, sagen wir mal, eigentlich in so einem Geist aufgewachsen, erzogen worden. So hat, gibt es eine andere Frage von einer anderen Person, ansonsten ist hier noch eine Frage. Meine zweite Frage wäre, ich weiß, dass es zum Beispiel im Islam verboten ist, die eigene Religion zu hinterfragen oder grundsätzlich zu hinterfragen. Allerdings würde ich die Frage vielleicht an die beiden anderen stellen, ob Sie das jemals getan haben, ob Sie jemals sich gefragt haben, ob es richtig ist, für diese eine Religion einzustehen und ob Sie jemals einen Religionswechsel vielleicht überlegt haben. Also ich kann das mal so für mich sagen, ich bin als jüdische Junge hier in Berlin aufgewachsen und die Frage, obwohl ich viele christliche, später auch muslimische Freundinnen und Freunde gehabt habe und habe, die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich denke einfach, man wächst in einer bestimmten Struktur auf und daraus ergibt sich dann so ein Stück dieses Lebens. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht in so gesicherten, also glaubensmäßig gesicherten Verhältnissen aufwachsen und die sich diese Frage dann stellen und dann müssen sie sich auch stellen. Wenn es so ist, dass man denkt, na und dann muss man es so entscheiden, wie man es für richtig hält. Also ich glaube schon, dass es die Freiheit des Menschen gibt, sozusagen aus der Tradition, in die er möglicherweise eben nicht richtig hineingeboren wurde, sondern die irgendwie nur so im weiteren Umfeld seines Elternhauses war, sich davon auch zu befreien und dann das zu machen, was er oder sie für richtig hält. Also ich bin auch aufgewachsen in einem Pfarrhaus, also mein Vater und meine Mutter waren Pfarrerinnen und so bin ich da reingewachsen in meinen Glauben und der ist für mich Heimat. Dann aber mit dem Studium ist es so, dass versucht wird zu sagen, aus der Heimat auszubrechen und sie noch mal mit anderen Augen zu betrachten. Also da geht es wirklich sehr, sehr viel darum, die gesamte eigene Tradition, den eigenen Glauben zu hinterfragen, in all seinen Facetten und zu gucken, was sagen die Kritiker dazu, wo sitzt da der Zweifel. Sich damit auseinander zu setzen, um sie noch besser zu verstehen. Also das ist sozusagen Kern auch einer Ausbildung eines Theologiestudiums und unser Religionsgründer, also Jesus Christus, der hat uns quasi mit auf den Weg gegeben, die Religion, also alles, was sozusagen gelebter Glaube ist, alle Rituale, alle Dogmen, alle Lehren immer und immer wieder zu hinterfragen und sie nicht als gegeben und unveränderlich zu akzeptieren, weil das Einzige, was unveränderlich ist für uns, ist halt Gott und wir wissen und nie weiß eine Religion alles von Gott und diese Grunderkenntnis gibt uns viel Freiheit auch zum Hinterfragen. Ich wurde zwar nicht angesprochen, aber ich muss auch antworten. Denn ich saß vor ein paar Jahren beim Nachbarn, muslimisch, dann irgendwie beim Essen eingeladen am Tisch und es waren unterschiedliche Muslime aus unterschiedlichen Sozialisationen dabei. Ich habe irgendwas in einem Kontext den Begriff hinterfragen verwendet und dann hat einer gesagt, Moment, das dürfen wir gar nicht. Ich habe zurückgefragt, warum. Der hat lange nachgedacht, hat dies und jenes gesagt und dann hat er gesagt, was ist, wenn ich dann meine Religion verliere? Dann habe ich gesagt, ist es nicht viel gefährlicher oder welchen Wert hat deine Religion, wenn du überhaupt gar nicht darüber nachgedacht hast. Ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt einen Schritt vor ihm stand, sondern er hat die eigene theologische Tradition gar nicht gekannt. Also eigentlich stehe ich in der Tradition und deswegen würde ich Ihnen oder dir widersprechen und sagen, es gehört zum Islam zu hinterfragen, weil wir dürfen Zweifeln und Hinterfragen nicht miteinander verwechseln. Hinterfragen ist eigentlich die Voraussetzung, die Basis einer Religiosität. Man hat zwischen zwei Glaubensarten im Islam sehr früh unterschieden und zwar zwischen dem nachgeahmten Glauben und dem wahrhaften Glauben. Der nachgeahmte Glaube, der wurde sogar so stark diskutiert, man hat gesagt, kann es überhaupt einen Wert haben? Kann es überhaupt so funktionieren, wenn man einfach von den Eltern einen Glauben übernimmt? Also ist es überhaupt gültig? Gott sei Dank haben sehr viele gesagt, es ist dennoch gültig, aber natürlich problematisch. Ein Glaube ist erst dann wirklich qualitativ wertvoll, wenn es ein wahrhafter Glaube ist und das kann nicht ohne Hinterfragen funktionieren. Und deswegen in der spekulativen Theologie heißt es, das ist die Kalamwissenschaft, da ist die Voraussetzung, dass sie auch die Frage stellen, gibt es überhaupt Gott? Wenn ja, warum, wie kann es sein, dass Gott nur eins oder die Einheit ist, wie kann ich das erklären? Das sind grundsätzliche Fragen, also auch da fängt überhaupt an. Wenn sie das nicht machen, dann haben sie keinen wahrhaften Glauben, dann ist man nicht da, wo man im Islam stehen sollte. Dankeschön. Hat jemand noch eine Frage? Ja, danke, lieber Erzl. Meine Frage richtet sich an Sie drei und hier möchte ich gerne Expertise einholen für das Handwerkszeug meines Teams, unserer Pädagoginnen und Pädagogen. Wie Sie sicherlich wissen, bewegen sich diese Schülerinnen und Schüler oft im sozialen Raum, virtuell. Das bedeutet TikTok, Instagram und so weiter und so fort. Und man bekommt dann auch die Schlagzeilen mit, sei es der Klimaikone der Greta Thunberg, wie sie sich halt in den, ich sag mal vorsichtig formuliert, in den Kundgebungen dort nicht nur kritisch geäußert hat, zu meinem persönlichen Geschmack sehr einfach und von nur einer Perspektive. Und die, vor allem die Klimaikone, weil ich weiß, dass nachweislich auch viele Schülerinnen und Schüler hier sitzen, wo Fridays for Future wirklich den Höhepunkt hatte, gab es dann auch manchmal Erlaubnis von mir, manchmal auch keine Erlaubnis. Die waren dann trotzdem am Demonstrieren fürs Klima. Ist ja alles schick. Aber jetzt sehe ich manchmal durch diese einseitige Berichterstattungen von Ikonen, von Menschen, die auch Einfluss haben auf diese Generation meiner Schülerinnen und Schüler. Was empfehlen Sie uns? Was empfehlen Sie dem Kollegium der Wilhelmsstadt-Oberschule, des Wilhelmsstadt-Gymnasiums konkret? Weil auch da manchmal natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer nicht aus dem Stehgreif gleich ein interreligiöses Patentrezept dafür haben. Und nein, wir sind ausgebildet in unseren Fächern und da sind dann wieder Expertisen gefordert, wo wir auch im Studium auch nicht wirklich vorbereitet worden sind. Ja gut, wir haben jetzt hier zum Glück durch das Kollegium eine hohe interkulturelle Kompetenz, die es mit sich bringt. Aber trotzdem ist wirklich meine konkrete Frage im Namen des Kollegiums, weil es auch an mich herangetragen wurde, jetzt gerade per SMS und WhatsApp. Was für ein Handwerkszeug legen Sie uns nahe? Wie können wir diese Schülerinnen und Schüler, die dann auch tagtäglich mit solchen Bildern, mit solchen Posts, Klicks und so weiter und so fort konfrontiert werden? Wie können wir dem begegnen? Danke. Ich glaube, die Frage, wie man Vorurteilen begegnet, die können wahrscheinlich muslimische Schüler und sagen, weil es immer so ist, dass die Mehrheitsgesellschaften sozusagen meinen, am Kopftuch oder an irgendetwas anderem etwas ablesen zu können, was da gar nicht drin steht. Also ich glaube schon, wir alle sind erfahren genug, um zu wissen, man muss kritisch mit allen Dingen, die einem in den sozialen Medien begegnen, umgehen und man muss sozusagen auch zu Ikonen der Bewegung oder einer Bewegung in einer gewissen Distanz und in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen. Wenn man alles glaubt, was da gesagt wird, dann ist man verloren. Also soziale und für den Umgang mit sozialen Medien sind intelligente Fragen und eine intelligente Distanz. Ich glaube, das ist das, was den Frieden in der Gesellschaft und auch für einen selbst am weitesten voranbringt. Dazu rate ich jedenfalls immer. Also die sozialen Medien leben ja von der Zuspitzung, von der Polarisierung und der Einseitigkeit und ich glaube, man kann es aufbrechen, wenn man über das, was man da liest, wenn man das nicht eins zu eins nimmt, sondern darüber ins Gespräch kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn wir mit Greta Thunberg reden würden, dass auch sie eine differenziertere Position hat als die drei, vier Sätze, die dann immer zitiert werden, an denen sich alles hochschaukelt. Und so ist es mit den meisten Menschen. Wenn man ins Gespräch kommt, sieht man, dass das Spektrum viel größer ist als eine Twitter-Meldung oder so. Also das ist, diese Verkürzung schadet dem Miteinander. Und die Schule und ihre Schule und jede Schule ist ein ganz toller Ort, um Raum zu geben einer wirklich offenen Diskussion, um die Sachen, die einen beschäftigen, weil sie einen erreicht haben über TikTok oder sonst wo, wirklich mal auszusprechen und dann auch darüber ins Gespräch zu kommen. Dieses Entscheide dich jetzt, bist du sozusagen für Israel oder für Palästina, das ist was ganz Furchtbares, wenn man vor so eine Entscheidung gestellt wird. Also und man sieht, dass es falsch ist an unserem Projekt. Ich müsste mich ja jetzt zerteilen. Ich bin aber genauso interessiert daran, dass Juden sich und Jüdinnen in Berlin und Deutschland sicher fühlen wie daran, dass Muslime sich gesehen fühlen und dass sie ernst genommen werden, dass sie nicht pauschal verdächtigt werden für das, was jetzt in Gaza stattfindet. Also aber ich glaube, das schafft man, indem man wirklich darüber schafft, unter Freunden in der Schule offen ins Gespräch zu kommen. Und dann will ich noch färben. Wir haben auch einen Instagram-Account und einen Podcast und eine Website. Und wenn ihr alle darauf geht und es verbreitet, gibt uns das einen guten Schub und setzt einen anderen Akzent. Wir versuchen es auch eigentlich, Gregorho-Werk, nicht so schwer zu machen, weil wir ja mit Andreas nachher mal zusammen ähnlich, fast gleich denken und auch handeln. Das macht es ein bisschen einfacher, als wenn es jetzt auch woanders ist, vielleicht bei anderen Menschen. Denn wir fühlen uns nicht auf der Seite der Palästinenser oder der Israelis. Wir sind auf der Seite der Menschen. Und dann haben wir jetzt nicht mehr die Parteien, die gegeneinander kämpfen, sondern alle Menschen, die friedfertigen, da gehören wir dazu. Und alle Gewalttätigen, die können wir nicht verstehen. Und dagegen wollen wir halt handeln. Also von daher, wir stehen auf der gleichen Seite. Aber zur konkreten Frage, es ist jetzt keine falsche Bescheidenheit. Mein Sohn ist ja eigentlich auch hier in der Schule. Deswegen weiß ich, ich weiß es, dass ich eher vom Kollegium lernen kann als qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen. Deswegen habe ich mir jetzt, während meine Brüder gesprochen haben, nachgedacht, ja, was würde ich für mich im Gespräch mit jungen Musliminnen und Muslimen und darüber hinaus eigentlich achten? Oder was sollte ich persönlich, worauf sollte ich achten? Mir fielen einige Worte, wie zum Beispiel Empathie. Zweitens, auch Fehler zugeben. Ich bin auch ein Mensch. Ich müsste einfach offen sagen, ja, ihr habt recht, da habe ich falsch gemacht. Und drittens, was mir eingefallen ist, dass ich, solange ich werteorientiert handle und zeige, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass ich das auch lebe. Wird es auch bei den Jugendlichen und den Schülern und Schülerinnen eher ankommen, habe ich das Gefühl. Also eher jetzt mal, was würde ich mir selbst empfehlen, anstatt dem Kollegium. Und ich habe auch noch eine abschließende Frage. Ich glaube, wir haben alle ihre Message verstanden, wie es nicht funktioniert in dieser Welt, wie es laufen sollte. Aber ich glaube, in dieser Zeit der Ohnmacht, der Verständnislosigkeit bei den Bildern, die uns jeden Tag erreichen, natürlich kann man sagen, man hätte das alles vermeiden können, frühzeitig durch Gespräch, durch Dialog. Nun sind wir in einer Situation, die einfach unvorstellbar schrecklich ist. Und ich glaube, jeder von uns stellt sich dieselbe Frage. Was kann ich machen? Was kann ich konkret machen, um dem ein Ende zu bereiten? Was können Sie denn unseren Schülerinnen und Schülern und uns allen da auf den Weg geben? Ich würde einfach erst mal sagen, das Wichtigste, was man in einer Schulklasse oder hier in einer Schule insgesamt tun kann, ist, dass man sich gegenseitig die Hand gibt. Dass man miteinander bleibt, dass man sozusagen Konflikte, die es andernorts gibt, nicht in die Schulgemeinschaft hineinträgt. Und dass man ein Beispiel dafür ist, dass es anders gehen kann als in der Welt. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir alle haben, ist in der Familie, an dem Arbeitsplatz, an der Schule, an der Universität, wo man ist, ein Beispiel dafür zu setzen, dass Hass, das Gewalt, das gegenseitiges Verachten nicht weiterführt, sondern das umgekehrt. Und Respekt, Nächstenliebe und ein Gemeinsam schaffen wir es, dass das ein gutes Beispiel setzt und das leben wir im House of One und hoffen, dass es auch hier sozusagen einen Echo, einen Echoraum findet. Und ich würde einfach mal sagen, jeder ist für seinen Echoraum verantwortlich und schafft das erstmal bei sich, mit sich, in sich und um sich, all das zu leben, was wir von der Welt erwarten. Dann wird die kleine Welt die große Welt prägen. Also das glaube ich auch, davon bin ich überzeugt, es fängt im Kleinen an. Und alle, wie ihr hier sitzt, ihr werdet später irgendwo sein, Freundeskreis haben, irgendwo arbeiten, Verantwortung haben. Und das, was ihr dort tut, wie ihr euch sozusagen verhaltet, wie respektvoll ihr miteinander umgeht, wie sehr ihr darauf achtet, dass die Umwelt, dass mit der Umwelt ordentlich umgegangen wird, dass Gerechtigkeit herrscht und dass Frieden herrscht, das wird eine Wirkung haben. Und je mehr es sind, je stärker wird es wirken und je stärker wird es sich durchsetzen. Es braucht immer sehr, sehr viele, damit sich was verändert. Also Mahatma Gandhi ist am Anfang mit 100 Leuten losgezogen und wirksam wurde er, als es Millionen waren, die ihm folgten in seiner Gewaltfreiheit. Bei Martin Luther King war es ähnlich. Man muss nicht Mahatma Gandhi oder Martin Luther King sein, aber man kann für sich entscheiden, was ich tue, hat eine Bedeutung. Mein Echoraum. Und dann wird es wirken, davon bin ich fest überzeugt. Wenn jeder an seinem Ich ein bisschen mehr arbeiten würde und dafür sorgen würde, ein friedlicher, empathischer und feinfühliger Mensch zu werden, dann hätten wir schon sehr viel beigetragen, denke ich mal. Ja, das waren auf jeden Fall sehr einprägsame letzten Worte und jetzt haben unsere Schüler und Schülerinnenvertreter noch was, die sie übergeben wollen würden. Und anschließend würden wir da unser Friedensgebrät machen. Im Namen der ganzen Schule können wir nur sagen, dass das ein unglaubliches Geschenk war und das hat uns Einsicht gebracht, die werden wir vielleicht nicht mehr erleben, vielleicht erst wieder in 10, 20 Jahren. Aber das hat uns so eine Tiefe gegeben, die wir einfach jetzt weiter schreien können an unsere Familie und Freunde, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von uns allen, von unseren Lehrerinnen und Lehrern. Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, genau, wir wollen noch ein Foto. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann, danke schön, Herr Weiklisch hat noch was zu sagen. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, ich danke auch wirklich, dass Sie damit Interesse zugehört haben und noch mal einen Riesenapplaus auch für Sie hier. Wir würden jetzt zum Friedensgebet übergehen und dann würden wir im Anschluss, die, die freiwillig wollen, hier ein richtig schönes Gruppenfoto machen. Die, die möchten, die tauchen dann vielleicht Hashtag House of One auf oder auf unserer Homepage. und deshalb seien Sie jetzt gespannt auf das Friedensgebet und würde ich Sie bitten, dann nochmal wirklich diese Spiritualität auch mitzunehmen. Danke. Wir kommen aus dem Haus des Ewigen, willkommen im Haus of One. Frieden, Frieden, Glück, Gunst, Gnade und Erbarmen uns und allen Menschen guten Willens. Ewigen, unser Gott, hilf uns aus der Spirale der Gewalt zu entkommen. Ewigen, unser Gott, hilf allen Menschen, die guten Willen sind, Wege zum Frieden zu finden. Denn in deinem Licht hast du uns die Lehre des Lebens, der Liebe zum guten Heil, Glück, Segen, Erbarmen, Herzlichkeit geben. Darum bitten wir, um Erleuchtung und auf den Weg zum Frieden weiterzukommen. O Seh Shalom Bim Oma Fu Yaseh Shalom. Der da Frieden stiftet in den Himmelshöhlen, er sende uns ein Abbild dieses himmlischen Friedens hier auf unserer Erde. Und darauf sagen wir Amen. Jesus sagt, selig sind die Frieden stiften, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. In diesem Sinne, lasst uns beten. Großer, barmherziger Gott, mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens, dass wir Liebe üben, wo man sich hasst, dass wir das Gespräch suchen, wo Sprachlosigkeit herrscht, dass wir aufeinander achten, auf die Verwundung des Anderen, auf seine Unsicherheiten und Hilflosigkeiten, dass wir auch die eigene Unsicherheit ernst nehmen. Schenke uns Räume des Miteinanders, geschützte Räume, in denen wir offen reden können, in denen wir die oder den Anderen erkennen können, uns kennenlernen können. Lass uns an dem Platz, wo wir sind, für Frieden und für respektvolles Miteinander eintreten, in der Schule, in der Familie. Auf das, was wir hier im Kleinen tun, im Großen Wirkung zeigt. Schenke uns, allen Schülerinnen und Schülern und dem Lehrkörper hier an den Willemstadtschulen, allen Menschen in Berlin, in Europa und auf der Welt, deinen Frieden, heute und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte heute mit einem Gebet des ehrwürdigen Propheten Mohammed Friede und Segen sein mit ihm anfangen und mit der ersten Sure, genannt eröffnende Sure, abschließen. Denn islamischer Tradition zufolge werden Veranstaltungen, Gebete, Vorträge, diverse Veranstaltungen quasi mit dieser einen Sure auch beendet. O Herr, du bist Frieden und Sicherheit und von dir ist Frieden und Sicherheit. Gesegnest bist du, O Herr der Großzügigkeit und Erhabenheit. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah, Rabbil Al-Alemin El-Rahman Ar-Rahim Magnet Yawmiddin Iyaka na'abud wa Iyaka na'ista'in Ehdina s-sirata n-must-a-quim s-sirata a-ladine an'amt a-la-yihim Ja, vielen Dank. Jetzt alle Freiwilligen können gerne nach vorne kommen. Dann machen wir ein abschließendes Foto und dann ist die Veranstaltung auch beendet. Und vielen Dank für die Anwesenheit.